hallo meine lieben entschuldigt bitte das rauschen die lichtverhältnisse sind nicht so optimal aber ich gehe gleich in die wand und vorher wollte ich euch zeigen womit ich heute baden gehe nein ich nehme euch heute nicht mit in die badewanne aber ich zeige euch was ich mitnehmen so und zwar von skinneco skinneco das kleopatra bad mit lavendel ich lese euch mal vor was da drauf steht das ist geraspelte naturseife ein lavendel milchbad entspannungsbad und mal schauen wie das duftet das duftet so super nach lavendel ich liebe lavendel schaut mal so sieht das aus kleine kleine weiße raspeln ganz zart ich bin gespannt wie sie sind der badewanne auflösen nachher und das beste ist es gibt ein gewinnspiel ich habe nämlich nicht nur das bekommen sondern noch ein zweites bad ein molke milchbad und das verlose ich auf meinem blog inklusive einem säckchen mit rosenblättern also geht schnell auf meinem blog lest den beitrag und es kommt einfach bis ganz runter und da findet ihr die gewinnspielbedingungen und wir einfach teilnehmen könnt um das zu gewinnen freu mich auf eure teilnahme tschüss